Wieso mache ich das hier eigentlich? Ich kann doch auch hier. So. Ja, ist ja gut. So. Ah ja, das ist zersch... Das ignorieren wir jetzt einfach mal und... Aha. Oh, fuck. Ach, hier sind wir wieder. Hm. Ach, die Feder ist schon ausgerüstet. Okay. Hm. Ach, ich vergesse mal, dass ich die Feder schon ausgerüstet habe. Ah, hier sind wir. Aha. Ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man zum Entfuss kommt. Gebe mal links lang. Alter. Äh. Puh. Boah, nee. Jetzt sag nicht. So, komm mal hier hin. Hey. Hoppa. Aha. Ach, ich habe es doch schon ausgerüstet, aber... Okay, guck mal. Au. Boah, das ist gemein. Hm. Hm. Also, ich habe wirklich keine Ahnung... Och, halt doch mal dein Maul. Äh, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man zum Entfuss jetzt kommt. Also... Hm. Ja. Weiter hier. Hm. 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 Ja, echt. Ich hab keine Ahnung, wie soll man zum Adboss kommen? Ich hab keine Ahnung. Wie soll das gehen? Hm. 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 Nee, also ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt weitergehen soll. Wie kommt man zum Adboss? Wie kommt man zu ihm? Das frage ich mich inständig. Wie kommt man zu ihm? Also sagt es mir bitte. Also und ähm, ja. Ich sag von hier aus so, ne. So von hier aus. An dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, let's play. Links in Wreckling. So, ich benutze immer mal jetzt grad sowieso mein neues Headset und man hört vielleicht sogar den Unterschied. Wer weiß. Wer weiß. Aber naja. Und irgendwie geht mir die Musik langsam auf den Piss. Ähm, aber naja. Wir sind ja bald beim Adboss. Und dann machen wir ihn fertig. Ich weiß ja nicht, was dieser Adboss sein soll. Wird sein. Tun. Müssen. Können. Rülps. Entschuldigung. Ähm, ja. Kubus. Bis dann. Hahaha, jetzt weiß ich. Ja, willkommen zurück zu. Let's play. Äh, ich weiß jetzt. Was macht die Maus in meinem Bild? Ich weiß jetzt, ähm. Wo ich hin muss. Und bin grad gefangen. Und ähm, ja. Ach, ich bin schon ausgerüstet. Warte, wo war das eigentlich nochmal? Das müsste da drüben gewesen sein. Genau. Wir gehen jetzt hier lang. Und äh, ich weiß auch schon, worüber hin müssen. Um zum Boss zu gelangen. Wollt ihr mich alle ver- Ja, manchmal ist das echt bescheuert hier. Ja, manchmal ist das echt bescheuert hier. So, ähm. Ähm. Ach, nee. Boah, ey. So, wir müssen hier hin. Ähm. So. Wir werden wahrscheinlich sowieso sterben, ähm. Ach. So. Kein Bock auf den Scheiß da nochmal den ganzen Scheiß da hin zu gehen. Stirb. Ach. Es röstet den Kack doch aus. So. So. Geht doch. Ach. Okay. Eine sehr interessante Jump'n'Run Perspektive hier. Und das sind anscheinend Vase. Hier noch ne Vase. Wo nix drin ist. Wie es scheint. Hm. Ja, und wie komm ich da jetzt hoch? Das reicht ja wohl nicht. Äh. Ja, was. Äh. Äh. Ich wurde angeschrieben. Hm. Moment kurz. Also, was mir grad geschrieben wurde, sag ich besser nicht. Ähm. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja. Hier. Ja. Ja. Was wird das denn jetzt hier? Äh. Hm. Hm. Muss ich das jetzt verstehen? Hm. Okay, das verstehe ich nicht. Ähm. Warte. Da kann man nicht durchgehen, oder? Nö. Äh. Ja, ja. Ich verstehe das nicht hier. Ähm. Keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Muss ich vielleicht hier irgendwas, äh, aktivieren, oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht zufälligerweise mit der Vase nach oben gehen, oder? Kann ich wohl. Ah. Cool. Ach, du Kacke. Äh. Ich, äh. Äh. Ich geh ganz bestimmt nicht mit nem halbem Herz da rein. Bin ich denn lebensmüde? So. Ich geh mich jetzt töten. Okay. Also nochmal. Auf ein neues. Da fällt mir ein, ich brauch noch ein Herz. Naja, hier gibt's ja ein Herz. Mäm. 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 Bremseödie. Bescheid Jeb. Ey, lass mich in Ruhe. Bremseödie. High applied. Die Fungsex geRISiałe. Die Schockade. repariert- Wir verschenken. halfway over- Herzen? Herzen? Ach. Na, war wieder klar. Ah, endlich ein Herz. Boah, weh, ich fahr jetzt runter. Nein! So, dann springen wir von hier aus jetzt nach da drüben. So. Und wer diese Stelle hier... Ich seh mich schon sterben. Ach, nee. Boah, halt. Ja. Aaaaaaahhhhhh! Können jetzt noch ein paar Herzen drin sein? Ey! Ach, geht doch! Ey, ich hab doch... Ey, sag mal... Spiel, ey! Ich hab doch auf den geworfen! Ich hasse! Toll! Jetzt geh doch rein da! Oh! Ups! Jetzt mach doch! Ah, wenigstens haben wir drei Herzen! Ich hab keine Ahnung, was uns erwartet! Gehen wir einfach rein und fertig! Ich mach auch extra hier vor! So, lalala! What the... Ha, ha, ha! Willkommen zur Pinker-Schwahrzeit! Ha, ha! What the hell? Na, versuchen wir's mal so! Edgy-Edgy! Mit meiner Phase bin ich unverwundbar! Huh! Wir machen sie nicht! Ah! 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 Oh, was, was willst du eigentlich? Ich hab dir noch ein, äh, ein Herz. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, war klar. Okay, so ein dummer Flaschengeist hier, ne? Haha, willkommen zurück zur Hölkerswahlzeit. Ich will vielleicht irgendwie da, ähm, besträuben. Ja, ja, halt deine dumme Fresse. Hey! Ja, ist toll. Und wieder ausweichen, war klar. Geh nicht zu nah ran, Link. Immer schön am Rand bleiben. Ah, fuck. Nein! Oh, du hast meine Vase zerstört, das bist du bereit, du! Nein! Okay, nochmal von vorn. Haha, willkommen zu Hölkerswahlzeit, bla bla. Wie kann ich den ausweichen? Edgy, Edgy, meine Vase bin nicht so verwundbar. Oh, du hast sieBad. Sieh.